Ja und damit willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Wir hatten einen sehr interessanten Kampf hier zum Schluss und einen riesengroßen Tentakel und wir haben da keine Fantasien diesbezüglich und wir sollen jetzt hier rein glaube ich zumindestens. Ich würde sagen wir probieren das mal. Zwischenzeitlich habe ich mal geschaut ob es Wüstungstechnisch was Interessantes gibt zum anpassen. Wann haben wir den Stufenaufstieg gemacht. Okay. Mal rein da. Ein bisschen das Loch da entstanden, dass er da kriegt. Blablabla. Bestimmt ne gute Idee. Ah, ich werde das beruhigen, oder? Hey, das sieht so aus wie auf dem einen Schiff ganz am Anfang. Ah, okay. Warte mal, Verjüngung? Was war das? Wenn ein Zauber tut überleben ist durch nekotischen Gestanken in diesem Bereich kein Life noch erforderlich. Aha. Äh, Eingeweide. Sollte ich mich vielleicht verstecken? Wo ist nicht die blödeste Idee? Okay. Oh. Die. Napp, napp, sie wartet. Noch. Tür aus Fleisch. Tür aufmachen? Schauen wir mal. Okay. Was ist da hinten? Oh. Okay. Geschlachter Verstand. Ähm. Was ist noch eine Tür? Wollen wir mit ihm mal reden? Okay. Ähm. Ähm. Ja, mit vier. Einer von dreien? Okay. Mhm. Jo. Ah. Ja. Ähm. Ich muss die Karte angucken. Karte. Wir sind da. Da oben war noch was. Ii. Man, Orientierung. Lass mal da lang gehen. Ah, doch. Das geht auch auf. Karte. Wie viele Leben wurden gespült, um so viel Blut zu spülen? Viele. Äh. Äh. Wer oder was bist du? Und die sind auf alle Fälle nicht so happy mit mir. Oh. Okay. Wir gehen erstmal woanders lang. Vielleicht hier so lang. Liegt da was? Mal abwarten. Sehr schön gemütlich hier. Mal die Korb. Base. Runenscheibe. Kamer doch mal da rein. Das ist ein einziges Labyrinth hier. Da geht's auch nochmal lang. Oh... Okay... Ähm... Oh! Okay... Wir gehen da mal nicht lang. Wir schauen mal hier lang. Äh... Die Story wird immer abgefuckter. So, was läuft hier für den Spaß? Aha. Oder ist es das von vorher? Ist es von vorher? Sollten wir da vielleicht die Sachen kaputt machen? Ich weiß ja nicht. Evakuate! Du mal verstecken. Naja, verstecken geht nicht. Okay, warte mal. Schnell speichern. Kein von denen treffen. Verstecken ist nicht mehr. Ihm nachweilen. Unter die Kraft. Das ist effektiv ein Gegner, ne? Bisschen wir aus. Ja. Okay. Dann haben wir diese Frage auch bei uns geordnet. Komm. Du gehst mal ein bisschen nach vorne. Sehr gut. Kuckwenden. Kallach. Einmal nach vorne, bitte. Ich schlag. Cool. Das war's. Jetzt kommt der ganze Rest hier. Oh, 14. So, Meister. Hm. 22. Komm, wir haben da nochmal drauf. Geil. Einmal looten. Nix drin. Geil. Schießen geht auch nicht mehr. Gut. Das machen wir. Ich hoffe, das rentiert sich. Könnte auch. Ja. Einmal 14. So. Was machen wir denn? Soll ich mir eigentlich unsere... Ist das eine Bonusaktion? Nee. Soll ich mal unsere geile Form nochmal nutzen? Geil. Na, 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 na. Äh. Was kann ich da? Übelges Blutbad. Schlage die Arterne eines Feindes auf. Geht's bluten. Oh. Ich kann Verkampf machen. Nee. Rückzug. Verstecken. Spurten. Machen wir das mal. Wir gehen mal nach vorne. Alter, wie geil. Schmeiß. Zum Fäden. Fürs Erste. Ach, du Scheiße. Uwe, der COD. Okay. 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 So, Kollegen kommen alle mal her. Finde ich gut. Zuerst in der Runde, danach wird es zwirbeln. Was machen wir denn da Schönes? Ähm, Untode vertreiben. Wir müssten da mal weiter nach vorne. Untode, Untode, Untode. Okay, gleich so viele. Bitte lass es gut werden. Cool. Passt. Okay. So, was machst denn du jetzt Schönes? Komm, raus. Söder. Einmal feste Trufung, bitte. Wobei, bei dir reicht es einmal nochmal. Und einmal hier draufhauen. Nice. Haben wir was dabei. Ansonsten stelle ich mal da hin. Sehr geil. So, wir brauchen jetzt irgendwas mit Masse. Doppelschlag. Ne, ne, Doppelschlag. Finde. Was nutzt es sowohl Aktion als auch von uns in diesem Zug, um ein Ziel anzugreifen. Dabei im Vortil zu sein. Ne. Wo war denn das mit dem Mehrfachding? Den getroffenen und der Schuss. Naja, sonst machen wir mal jetzt ein Bersten hier. Geil. Wir haben verbündeten acht Departee Treffepunkte für einen stärkenden Schrei. Wird es? Ja. Gegengenommen. Komm, machen wir nochmal. Mh, 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 mh. Sehr gut. Und war's das fürs Erste. Geil. Also, was können wir jetzt so geiles machen? Schlage der Tiern, das Fein ist auf, er beginnt zu bluten und heilt. Okay, heilt mich selber. Mehrfachangriff. Schlage mir den Clown zu, verwandelt, gegen ein Crash, die Fetzen. Alter. Ansonsten springe deine Feine geschmeidig an und schoße sie mir über sie um. Okay. Komm, lass das mal machen. Geil. Einfachangriff. Wie? Keine Animation dazu. Schlechte aufgeben. Geil. Gut. Das war's dann erstmal. Nochmal untoter Schutz. Autsch. Das tut gerade ein bisschen weh. Oh, der war kritisch. Wat machen wir denn jetzt schönes? Mh, Furcht. Oder nochmal untote vertreiben. Ja. Massen heilen. Gut. Das war's. Du, hau da mal drauf, bitte. Mh. Nee. Fuck. Will ich doch machen so. So, wir stellen uns mal hier hin. Do, der Kraft vertrieben bedroht. Okay. Ähm. Normaler Angriff, bitte. Gibt das als Bonusaktion? Ja. Quatsch. Mehr ist nicht. Mehr ist nicht. So, mein Junge. Wat machen wir denn jetzt? Kann mir da ein Clown zuverwandeln. Die Gegner in... Einfachangriff. Nicht genügend Bewegungsrate. Üppiges Blutbad. Komm ich nicht hin. Ja, komm. Scheiße. Geil. Mehr Brauantriff. Geht schon. Geil. Hat gezwirbelt. Sehr gut. Hat gefehlt. Was machen wir als nächstes? Wenden der Schuss. Vielleicht auf dich, wenn's geht. Ah, ich komm hier nicht weg, ne? Ja, wobei. Ich komm mit dem vermutlich schon klar. Äh. Klinge der Dunkelheit. Ja. Söderli. Jetzt sollte reichen. Ich komm mit dem Feuer, baby. Nice. Mund gegen Bluten, ne? So ein Scheiss. Komm, ich schubs dich mal. Doppelschlag. Doppelschlag, schicke ich dann einfach frasch. Umgreife mehr Gegner. Doch, das war ja das. Beschlag. Beschlag. Scheiße. Nice. So weit entfernt. Außer... Was? Außer Sichtweite? Ja, genau. Nebelschritt. Umgeben von sieben Nebel, tabiust du dich an einem Feindplatz, den du sehen kannst. Das ist eine Bonusaktion. Brauch ich eigentlich nicht, aber wir können dich mal schubsen. Oh, dann kann ich da mal ein bisschen weiter nach vorne laufen. Wir enden. So, mein Jung. Einfach angriffen. Ich könnte jetzt immer noch das Springen machen. Wohin würdest du springen? Machen wir mal. Rettungswurf gelungen. Schade. Okay. Dann soll er mal wieder was machen. So. Mal schauen. Ähm. Machen wir mal auf den. Sonsten mal vorlaufen. Ich werde blind. Das war's. Kada. Kannst du bei dir aus? Vorbereiten. Zerfleischen. Geht nicht. Ah ne, doch. Es geht. Geil. Ja, genau ein Punkt noch. So ein Scheiß. So. Du. Machst das da. Los geht's. Fehlschlag. Cool. Oh, da kann sich mal heilen. Und geht. So, und wir hauen hier. Warte mal. Üppiges Blutbad. Das war ja mit dem Heilen, ne? Ja. 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 Was ich zu spät gemacht habe. Großer Zombie. Der ist... Wo ist der? Äh? Wo ist der Zombie hin? Wo hab ich den hingeschmissen? Ach, da ist er. Also, da komm ich nicht hin. Dann lässt wir die Beide treffen. Oder halt nur so. Oh, okay. Hat keiner von euch Fragen, warum ich so aussehe? Nö? Gut. Alles gut. Wir machen das mal hier kaputt. Okay. Einmal kaputt machen, bitte. Wird schon seinen Nutzen haben, wenn es dann kaputt ist. Aktualkerze. Nö, 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 nö. Das machen wir nicht an. Gut. Das hier auch. Kriegt's auf jeden Fall mit. Oder wer auch immer das ist. Gut. Hätten wir das. Hast du was Schönes dabei? Großschwert. Hier. Misteriöse Flüssigkeit. Und da hinten Abgrund. Mit so einem komischen Gerät da. Ich glaub, wir sind hier fertig. Hat jetzt nicht sehr viel gebracht, dass wir da hier die Leute... Warte mal. Naturitentank. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir da reingehen. Da hat's andere Zeugs da hinten. Ja, wir lassen das mal. Short Rest. Soll ich eine Rest machen oder nicht? Wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn ich eine mache, ne? Mal speichern. Für alle Fälle. Wir gehen mal hier wieder raus. Wo lang? Wir müssen mal hier gucken. Da ist auch noch eine Tür. Das sind Personen. Oh, mal hallo. Ähm, das ist missverständlich. Ich will beauftragen, euch zufrieden, diesen Rädern zu helfen. Oh, 21. Vorteil. Mal probieren. Nö. Das kann gar nicht funktionieren. Ja. Für das haben wir zu wenig Boni. Ah, scheiße. Hm, 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 hm. Was machen wir denn? Einiges Geschoss. Oh, die sind alle ein bisschen stärker. Und gezaubert. Was? Warum? Ah. Kommst du da hin? Ja. Hm. 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 Geil. So, einmal schubsen. Und wir gehen mal weg. Weil wenn wir dann unseren Angriff haben, will ich da hinjumpen. Warte mal. Wir gehen mal nach da vorne. Ah, scheiße. Das geht nicht. Rückzug. Spurten. Ich stelle sie mal hier hin. Das erste. Stimmt. Sehr. Fernkampf. Bitteschön. Nice. Auch mal ein bisschen nach vorne. Und jetzt kommt der ganze Rest. Aua. Nice. Windschlag. Ja, ich hätte eine Longrest machen sollen. Wunden heilen, Massen heilen. Massen heilen kann ich nicht mehr machen. Was haben wir ansonsten hier schönes Schockgriff. Schutz vor Energie. Gedanken wahrnehmen. Hm. Geht im Kein gerade besonders schlimm. Ohne des Wahnsinns. Hm. Machen wir mal ein Geschoss hier. Jetzt ist es so nah bedroht. Okay. Das wird nix. Wundern wir machen mal das hier. Geht. Passt. Karl auch. Müsst du mal hier rüber gehen. Nice. Läuft. Cool. Jetzt sind wir mal dran. So. Dann machen wir das mal mit Wunden heilen. Machen wir das mal bei dir. Nice. Und mehrfachangriff. Geil. Nicht genügend Ressourcen. Ich komm da nicht hin. Gold nehmen wir mal mit. Oh. Das kann ich noch machen. Alter. Diese Biestform ist einfach mega. Auch wenn sie vermutlich nicht besonders gesund ist. Oh nix. Cool. 26. Du kriegst mal einen Trank. Komm. Okay. Egal derer Angriff. Nice. Einmal geht nicht. Schade. So, komm. Einmal draufhauen. Geil. Das wär's. Dann hätten wir das hier auch mal frei. Hat uns einfach noch mehr gekostet, als es uns eigentlich gebracht hat. Glaub ich. Was haben wir denn hier so Schönes? Dann nix, was uns hilft. Ob das nochmal irgendwie erklärt wird, warum wir so aussehen und was wir dann eigentlich sind. Okay, da geht's auch nicht weiter. Okay. Liebe Leute, ich muss mal ganz kurz eine kleine Pause machen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da leh. Ich bin... Ja, wie gesagt, wieder da. Ich würde mal schnell eine Long Rest machen. Die ich nicht machen kann. Lange Rest, ah doch da. Schnellreise derzeit nicht möglich. Wisst du mich? Alter, nee, oder? Ja, wenn ich das jetzt gerade ein bisschen vorher gewusst hätte. Äh, ja. Dann hätte ich vielleicht die Kämpfe nicht gemacht. Wir müssen da vorne, da rein. Schauen wir mal. Das ist dem nicht. Berühren. Laufen sie. Na ja, sieht wohl so aus. Hm. Ja, ich glaub, auf das kommen wir noch hin, ne? Ne, ich will das gar nicht kaputt machen. Wer redet da? Wollt ich immer lang gehen? Wollt ich immer lang gehen? Hallo? Ach, da wären wir wieder hier. Was werden das hier? Rettet, soll ich das besitzen? Rettet, soll ich jetzt besitzen von den Türmen des Mondaufgangs? Äh? Bla, bla, bla. Ich finde ein Heimmittel. Wo war das mit dem Rettet im Besitz? Siehe, siehe, siehe. Äh? Steuer des Herzens absoluten. Wo ist es das? Äh, das ist ein bisschen von den, wir sind tiefer in die Türme vorgetragen. Wir sollten uns gründlich umsinnen. Die Teufeln, die wir für Misora retten sollen, muss in der Nähe sein. Misora erschienen in Form einer, wo uns etwas mit in der Kulis absoluten hat. Karnalischen Besitz entführt, der für die Ärzte, für den Zeril von einer gewissen Bedeutung ist. Wir sollten uns auf die Suche danach machen. Schließlich stellt Misora auf dem Spiel. Soll ich denn das finden? Von wo sind wir jetzt gekommen? Alter, das ist ein reiner Irrgarten hier. Ich glaube von hier. Ja. Können wir hier mal reingucken? Da können wir nichts machen. Können wir jetzt vermutlich hier sein? Paralenapparat. Ich glaube, ich muss das mit einer anderen Person machen. Ich glaube, ich muss das mit einer anderen Person machen. Ihr Tadpole formen eine telepathische Verbindung mit dem Telefon. Und ein Chorus von Static Energie fills Ihre Mind. Every Mind Flayer in der Rune calls out hungrily from its pod, seeking release und Sustenance. Aber es gibt noch andere in den Pods. Those not yet infected, those not yet illithid, not yet illithid, terrified, desperate to escape. Oh. Können wir uns vielleicht helfen? The device is open to your Tadpoles command. To your authority. Geek-Maschinerie. Geek-Maschinerie. Cold as the sea of night. Alien is time to the astral plane. Avert your eyes. Close your mind. Freilassen. Ja, das war ja irgendwie klar. Jetzt sind alle gegen mich. Es ist geil. Was mache ich denn jetzt? Dann würde ich hier mal zwei treffen. Und mich selber. Gut. Geben wir ein bisschen weg. Kalach. Gedankenschinder. Wir haben ja eine volle Pulle auf ihn. Okay. Und die zwei sind dran. Aber wir sind Gott sei Dank nicht alleine. So. Ich weiß erst mal einen Trank. Und dann. Auf den Gedanken sind er da. Sehr gut. Nicht so gut. Geil. Das hat geht's. Wirbel. Alter, war's kritisch. Pass, wie war das mit dem Heim? Schlage der Tee an das Feinde. Es beginnt zu bluten. Und halt mit dem Ausstrebenden Blutkunde nicht. Deine Wunden. Oder mache ich zuerst mal den Jump. Ja. Ja, ja. Ist ja gut. Komm. Jump. Und dann. Was? Nein, ich will ja nicht mich selber. Ich will ihn da. Ja. Nice. Gut. Sehr gut. Oh, was? Ja, da kommen jetzt noch mehr. Wunderbar. So, was machen wir? Ich würde sagen... Ich würde sagen... Sehr gut. Ne, brauche ich nicht. Bleiben wir erstmal hier so. Den passt. Ja, I know. Dein Kampf. Ja, vielleicht nicht auf den. Der heilt mich. Ich. Nice. Sehr gut. Und hier rein. Sehr gut. Alter, warum? Nice. Und einmal hier. Sehr schön. Enden. Ich dachte, der Kampf wäre vorbei. Ah, shit. Ja, kommt. Normaler Angriff. Oh. Thank you. I owe you an explanation. Much more than that. But first, please. The others. The ambush. Tell me they survived. Yeah. I don't think it's nice. I don't think it's nice. You've heard some of it, I'm sure. That I froze or broke. Or some other lie that is kinder than the truth. We were ambushed by cultists, yes. And then I heard... Her. Their false god. Whispering promises in my mind. I would be a paladin again. With a god's purpose. A god's power. Everything I needed to protect my people. And all the while, the cult tortured them. They fought and ran and died around me. While I imagined myself their savior. By the time I regained my senses, it was too late. I did not just surrender to the absolute. For a moment, I welcomed it. Hmm. Until I realized what I'd done. Perhaps I fought. I don't recall. Either way, I was deemed... Unworthy of becoming a true soul. I won't make excuses. I can't make amends. But I know something of what you came to do. I want to help. If you'll let me. Cetheric is below. He thinks you're no longer a menace. Descend and show him how wrong he is. If there are any more survivors to be found. I'll find them. And lead them out of this place. Ja. Erstes. Only if you can trust it won't be buried in your back. The absolute swayed me once before. I won't risk it happening again. Go, my friend. Please. Let me do this much. Ja, schade. Ich dachte, ihr werdet euch irgendwie mal helfen. Okay. Und ich kann mich nicht bewegen, weil... Oh, jetzt geht's wieder. Habt ihr irgendwas Sinnvolles dabei? Nee. Hauptsache die... Nein. Komm auf damit. Das sind zwar alle jetzt gegen... Ach du Scheiße, Mann. Ich will... Ich will... Mh... Schnellenreise derzeit nicht möglich. Kann ich denn theoretisch wieder abhauen? Nee, ne? Hätte jetzt alles Besitz von den Türmen des Mondaufgangs... Was denn Besitz denn? Da ist doch hier ja gar nichts mehr. Aber ich will jetzt eigentlich auch nicht berühren, das ganze Zeugs hier. Äh... Ja. Okay. Ich muss mir auf jeden Fall irgendwie was einfallen lassen, dass wir jetzt hier kein Rast mehr machen können. Ja, ja. Will man da jetzt weitermachen? Oder ob ich nochmal durchstarte für hier drin. Aber das wäre irgendwie doof. Ich glaube, wir sollten es schon nochmal probieren. Aber Gesundheit schaut ja bei allen nicht mehr so gut aus. Äh... Ach, Mann. Nicht sehr schlau, was ich da glaube. Aber gut. Das Problem überlasse ich mal Zukunftsparfura. Kommst du da jetzt rein? Bist du dann feindlich? Er kommt nicht da rein. Und Zukunftsparfura wird sich mal überlegen, wie wir hier weitermachen. Wird spannend. Aber ja. Ich glaube, jetzt werden heftige Kämpfe folgen bis zum Gehtnichtmehr. So mein Gefühl. Bis dahin. Ich wünsche dir Spaß. Bleibst gesund. Ciao. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.